Die FPÖ setzt bei ihrer ersten Plakatkampagne zur Nationalratswahl ganz auf den Parteichef und Spitzenkandidat Herbert Kickl. Bei der Präsentation der Plakate am Freitag in Wien zeigte sich FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz überzeugt, dass nun die Zeit gekommen sei, in der die Österreicherinnen und Österreicher die Weichen neu stellen könnten. Die große Chance ist jetzt da, jemanden zu wählen, der nichts anderes sein will. Als Sprachrohr und Beschützer für die Menschen. Jemanden zu wählen, der jeden einzelnen Tag aufsteht, um für die Menschen zu kämpfen und sogar bereit dazu ist, dafür eigene Verwundungen in Kauf zu nehmen. Jemanden seiner Stimme anzuvertrauen, mit dem man die letzten Jahre so viele positive Erfahrungen gemacht hat, um mit ihm gemeinsam die positive Wende einzuleiten. Kritik setzte es an den diversen politischen Mitbewerbern. Die SPÖ ist ja bereits an ihrer Programmatik gescheitert. Neue Steuern trotz Teuerung, immer mehr Zuwanderung, tausende Euro fürs Nichtstun für Zuwanderer, das Zerstören des Wirtschaftsstandortes und dadurch auch das Zerstören von Arbeitsplätzen kann kein richtiges Programm sein. Jeder klärende Österreicher weiß mittlerweile, dass die ÖVP und das Nehammer nur Programme vorstellt, um die Wähler zu täuschen. Und wenn dann noch die ÖVP mit der SPÖ und einem weiteren linken Partner, egal ob mit Neos oder den Grünen zusammengeht, dann bekommt man sogar etwas Schlimmeres wie die letzten fünf Jahre. Und es wird ja bereits daran gebastelt. Um die gewünschte Weichenstellung zu erreichen, dürfe man nicht zu Hause bleiben, sondern müsse dieses Mal mutig sein, versuchte Schnedlitz noch unentschlossene Wähler und Wählerinnen zu überzeugen.